Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu einem neuen Real-Life-Video. Und heute nicht mit dem Knasttag, nein, ich bin nämlich auch zum Knast draußen und gestern war ich fix und fertig, Digga. Ich konnte da einfach nichts mehr hochladen, hab gesagt, ich mach noch einen Knasttag mit rein, ne, so ein Let's Play, aber das kommt alles heute Abend, weil jetzt erstmal wieder so zwei Stunden komische Schule ist und da muss ich mal schauen, Digga. So, also, hier sieht's aus wieder halt, wie ein Zocker halt lebt. Meine Playstation 3 hab ich mal ein bisschen hier gerade hingestellt, weil das einfach stylisch ist. Einfach hier nur Knopf drücken und dann hier so kommt die CD raus. So, ein paar Chicken McNuggets liegen hier auch noch rum, meine Laptop-Tasche, mein iPad, Digga und jetzt folgt mir mal mit. Ah, mein Laptop, so, also gehen wir mal runter. So, folgt mir einfach mal mit hier, stehen mir ein bisschen angeschlagen. Ja, warum zack zack? Warum zack zack? Warum zack zack? Ja, was ist denn? Warum? Ja, wir haben voll den Stress, ja, wir haben Müllhandel. Ja, ah, okay. Ah, ich muss auch Müllhandel, Digga. Jetzt muss man mal schauen, Digga. Was ist denn das jetzt in der Scheiße hier? So, ja, ich komm hier ja schon, Digga. Ist mein Laptop an, ja, oder? Ja, gut. So, jetzt schaut mal schnell weg. Jetzt muss ich mir das Passwort eingeben. Ja, hier wieder die Gondale gemacht. So, nehmen wir doch alles schon. So, Windows 8, hör mal an, Digga. Ja, Leute, ich sage tschau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Absolut. Vielen Dank.